So, die wollen schon wieder alle abhauen hier. Jetzt möchte ich wieder dich sehen. Ja, ich glaube die Leute wollen mehr deine Welpen befugnen, schattig. Bist du auch sehr hübsch, ne? Ja. Die Pichys Welpen sind heute 16 Tage alt. Also knapp über 2 Wochen. Haben jetzt alle brav die Augen offen. Können auch schon so mehr oder weniger auf 2 Füßen marschieren. Und wollen immer schon abhauen hier. Die Pichys ist immer noch sehr geschickt darin, sich genau so hinzulegen, dass man aber ja nichts von ihren Kindern sehen kann. Das ist der Grüne übrigens. Und der noch einen zweiten Retriebe. Mit dem Klitschen, was immer weg steht. Komm, rück mal rüber jetzt. Geh mal da ein bisschen weg. So. Geh mal stehen. Der ist nicht vorgesehen. Nicht vorgesehen. Geh. pered. Ne? Hier sieht man, da sind schon so die ersten Laufversuche. Da man nicht so fit ist wie die Haperwelpen, klappt das auch wesentlich besser. Die sind jetzt so knapp einem Kilo ungefähr. Die knallt ja raus. Aber die quietsche es immer so, die hat so ein kleines ADS-Problem, ne? Habt's doch so süß wie die. Das hier ist glaube ich übrigens die Mila, wenn ich das richtig gucke. Wir zwei haben eine kleine Special-Bindung, ne? Ich hab sie nämlich immer noch ein bisschen mit der Flasche gefüttert. Die hatte ein etwas geringeres Geburtsgewicht. Und damit sie sich dann mit den anderen hier angleicht. Deswegen immer, wenn die Milch riecht, sucht die noch Essen. Das ist auch ein großer Mampfer. Das war's. 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 Das war's.